So, lass den holen wir uns jetzt. Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Hardcore Games. Und ich bin heute das Kid Hermit, weil wir da einen Trickfilm spawnen und da können wir ganz schön etwas Pilze abgreifen. Denn ich glaube nur ich bin Hermit geworden, das ist super, dann haben wir ganz viele Pilze für uns. Und dann, ja, okay, Force Failed. Das ist genau... Okay, wir laufen genau rein. Und dann bin ich wieder weg, okay. Ich hab ein paar Themen ansprechen, die nicht allzu lang gehen und die werde ich wohl ansprechen, wenn wir beim Iron Farmen sind. Ich glaube, dass es immer ein bisschen langweilig ist. So, etwas Pilze noch mitnehmen. Von den roten haben wir eigentlich genug, aber man kann ja nicht genug haben, deshalb einfach mal etwas mitnehmen. Am besten finden wir auch eine Höhle direkt. Hm, da nicht. Eine Minute noch, okay, wir gehen Holz für uns schon mal. Gut. Erstmal fünf Stück so, machen wir uns Werkzeuge und dann holen wir uns noch einen Ball für Splitschack. Und People holen uns so, ja, alles. Wisst ihr Bescheid? Alles klar? 50 Sekunden noch sollten wir uns schaffen. Ich werde die ganze Baum einfach holen, weil wir ja eh noch Holz holen und in der Gegend ist eh keiner. Von daher können wir ja einfach mal die ganzen Baum holen. So. Zack. Eine Work-Bank. Steak. Und fertig. Ein Holz-Wertel. Fuuu. So. So. Alles klar. Zack. 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 Alles. Klar. Okay. Etwas Holz. Warte mal. Das kommt ja jetzt. Wahrscheinlich. Etwas. Ja. So. Alles klaro. Etwas Holz noch mitnehmen und dann trägt in der Höhle rein. Eisenfarm und dann ja. Geht so weiter zu den Themen. So. Etwas Holz noch abholen. Denn das brauchen wir. So. Vielleicht. Alles klar. Gut. Welche Höhle nehmen wir denn? Okay. So. Hier den Kühl. Die nehmen wir uns auch gleich mal. Denn ja. Ähm. Wie ihr wisst. Pilze kommt für die Altefüllung auf. Und gebracht wird die Kühl. Die noch besser. Oh ja. Gut. Erstmal von Kors ist er jetzt weg. Okay. Suchen wir uns erstmal eine vernünftige und schuldige Höhle. Ist Luftwerk gut. Ist aber nicht da. Okay. Schade. Ist das nicht möglich? Ja. Schande. Ja. Hier geht's die Frage. Okay. Vielleicht. Mal gucken. Fuck. 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 Oh fuck. Zack. Okay. Ich will die Töne. So. Nein. Leider nicht. Das macht auch nix. Hier. Nach drei Steine fahren wir. Ist klar. Nein. Zwei. 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 Töne. Zwei. Da machen wir uns einen Steinspel. Zur Sicherheit falls einer kommt und. nehme die crafting box wieder mit wir müssen erstmal eine anständige höhle finden so die war ja nicht so gut erst mal etwas kohle mitnehmen denn kohle brauchen jetzt kraten ich überleg gerade sagen wir müssen einen kohleblock machen weil der dreht ja alles ja mach ich mir kohleblock 9 kohle alles klar gut erst mal etwas iron farm oder ist die genauso klein ja super leute wir haben glück mit den höhlen muss ich schon sagen alles klar gut dann suchen wir mal eine andere höhle und nicht so eine höhle vielleicht keine höhle entsteht aber das macht ja nichts da wir ja hermit genommen haben weit genug weg von den anderen spawnen erstmal ein schneegebiet rein vielleicht finden wir da ja was hübsches hier rumpf zack für leder haben wir ok nur 2 ok soo die von leidung dass ich gerade ohne picture pick spiele habe ich vergessen reiche machen gut keine höhle weitere zeit oder? wartet mal das hier sieht doch ganz schön aus genau kurz für 2 öften 9 kohle farm aber ich sehe äh peter ist immer an äh kohle schlöcke zu machen denn es ist einfach vorteilhaft ich lässt mir genau 18 haben ja super ich brauche nur eine kohle hülle alter alles klar oder hier geht es etwas tief oh iron super super ok gut haben wir mal ein iron iron nein eisschwert so stierkskelett gut runter ich weiß noch nicht dass die monstle hier alle auf hart sind das ist natürlich sehr gemein und ok hier ist ganz höhen viel eis ok geht so erst mal runter ok oh ein fucking enderman weg hier der könnte uns noch der verhält sich denn creeper scheiße leute wir haben jetzt ein problem denn wir wissen noch enderman nein 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 aber ufa ufa ok leute wow leck mich doch hier finden wir sogar sowas ich werde hier mal reingehen und gucken ob die diamanten sind weil ja diamanten haben immer vorteile ne so und das war ein creeper aber naja schon fliegt man wie weit genug weg und ja gut erst mal etwas rüstig machen dass wir nicht sofort verräten gegen diese scheiß mühlen spider ouch 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 alles klar gut und jetzt machen wir uns erst mal einen äh schmelzigen ofen da brauchen wir auch 18 ouch 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 fack 17 18 gut so zack ich sag wir brauchen doch nur 8 aber ja braucht nur 8 naja was soll's ne stimmt einfach nur das erst mal ja zack so das soll für ne hose reißen für den schwert oder so zack zwei kohleblöcke und bands und bands hä bands so jetzt schaffen wir oha erst mal Platz weg 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 Knochen weg weg wir brauchen noch einen Stick Lederkant weg wartet mal leute ich mach mir kurz noch einen Ofen für das Fleisch was wir haben und jetzt will ich kurz die Themen ansprechen und zwar ist jetzt Optifine rausgekommen für die Minecraft Version 1.2.6 und ja Optifine ist aber sehr verpackt da ist alles lila und irgendwie bar also da kann man nichts machen und ja da kann man auch nicht mehr vernünftig spielen vielleicht wird's ja noch gefixt glaube ich schon da fär ich cool wenn's gefixt wird und ja sehr wirklich sehr cool gut wir holen uns hier erstmal etwas essen und iron ab das heißt mal was essen was so wenig was Eisen ok hat mir mehr auch naja kann man auch nichts machen so frei ok 5 Eisen oh quack cool alles 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 ist fertig gebraten ich nehme die Öfen nochmal mit da wir noch mehr Eisen braten müssen ich wollte nur ein bisschen Richtungsschutz ab alles klar gut jetzt kann die Hülle spinnen ruhig komm wir haben viel gezucken ja mal geht ne mal gucken mal gucken mal gucken alles klar etwas Eisen abholen braucht man ja zombie verpiss dich wir wollen dich nicht so bedanke alles klar zombie verpiss dich wie gesagt wir wollen dich nicht die zombies hören auf uns nicht das ist auch sehr komisch der eine nach dem anderen ich hab vielleicht ein zombie spawner ne es ist ein skelett auch skelett jetzt mug mich auf gut level 30 wir schauen ich würde auf jeden Fall war ich das oder ist das ich war das ich würde auf jeden Fall empfehlen so meine Fische zu laufen da wäre ich werde direkt auf den ersten das ist natürlich super so zack sehr schön mal gucken ob wir hier was wertvolles drin finden Diamanten wären super aber stirb ja explodieren zack angelegt alles cool LAPA hessige spinne oop 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 wir folgen dich nicht alles klar sehr vielen dank creeper dass du explodiert bist wir brauchen 3 ok ein bisschen noch. wir fahren erst mal ein bisschen so und dann reicht das auch. so. oha jetzt kommt die zombie gang. passt auf leute. aber ihr sterbt erst mal alles edeltlich. die toten sterben erneut. naja. sehr gut. etwas eisen zu haben. wir wollen ja ne volle rissung haben und nicht nur feuerzeug und so. ja. ich wollte mir eigentlich ne hose machen. wir hatten zu wenig eisen. ich glaube jetzt habe ich erst mal genug. zack. oh wir haben ne karotte von zombie bekommen. sehr nett von ihnen. danke. pfffuck jetzt wirken die kohleblöcke nicht mehr. gut. das ist natürlich jetzt nicht so der hammer. schau mal ab. nein. ok den haben wir umgedeckt. erst mal das kohle farmen. noch kein gegner. so viel leben ja auch mehr. aber ich will jetzt erst mal praten. zack. das sollte eigentlich gehen. alles klar. während das brät guck ich mal weit mal. hier rum ging es nicht. nein. also sehr viel glück dafür. ich will jetzt für dich nie ne wiese pfeile. ich könnte sie eigentlich so bohren machen oder nehmen. hier ist halt das iron. bisschen was merken. so. alles klar runter da. wir erstmal auf das iron warten. so. gehen wir mal zurück zum eisen. ok wir können jetzt noch mal ne hose machen. das ist super. alles klar. zack. uuh. ok. geil. schuhe. nice. und etwas schalen. also. ach komm ey. gut. ich würd mal sagen wir werfen jetzt unnütiges zeug raus. sack. 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 raus. 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 hoch. raus. ok. so. können wir es machen. tun erstmal. zum sup nachmachen. und oha. das eisen ist schon fertig. sehr geil. ein helm noch. und ne eimer. perfekt. aber genau ein iron noch. ist klar. gut. ist klar. ok. jetzt könnten wir schon wieder hoch. aber. wir müssen noch einfach. wie viel nach der wanken ausschau halten. von daher. gucken wir mal. die. ja. ob die fallen. habe ich ja schon erwähnt. ist alles wieder. alles doof. die 1.6 ist ja jetzt schon. auch etwas länger draußen. habt ihr bestimmt schon bemerkt. da ist dieser sprint park. aber der wurde in der 1.6.2. die heute rausbekommen ist. behoben. okay. wird sehr gut gemacht. okay. erstmal. die flasche. das könnte jetzt so spannend sein. aber mit der mann special berg. ok. gut. oh so. wow. wir sind schon wieder in vorfall. oh. da kommt der zombie mit wurstung. passt auf leute. jetzt kommt der zombie mit wurstung. weg. 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 warte mal. fünf. hä. ok. ja ok. wir gehen hoch leute. wir gehen hoch. so. hoch. leider keine kisten. so. was sollt. fache. wo gehts denn hoch. hier. oha. ok. hier waren unsere öfen. du brauchst dich gar nicht von verstecken. ist von dir. gut. gehts hier raus. ok. ich würde sagen. wir grauen uns einfach geradeaus hoch. das ist bei uns nicht so schön. nur gerade runter. aber da kann man auch energie auto machen. also. geht beides. so. die bestätigen themen sind erwähnt. ich bin heute alleine. hier. weil. ja. mein partner gerade nicht kann. aber naja. so ist es halt. gut. wenn wir das minifisch haben. hoffen wir. dass da diamanten drin sind. weil da können wir ja ein diamantswert auf schärfer 1 verzaubern. und so eine ganze erwischung auf schärfer 1. das wäre erst bombe. lol. wartet mal. ich nehme doch schnell die levels hier mit. von der zombie gang. gang bang. alles klar. gib mir die level. dadada. ok. level 7. gut. hoch hier. zack. zack. und jetzt kommt einer. haut uns runter. als umsonst gefahrt. gut. ok. noch ein pro außer mir. der könnte uns gefährlich werden. gut. hoch hoch hoch. ich finde doch irgendwie doof dass grad stomp ein free cat ist. gefällt mir nicht. so persönlich. aber gut. alles klar. gut. auf gehts. erstmal eine karotte mampfen. und. z-200. macht man jetzt ein anderes vielleicht mehr. nein. z-200. so. ok. der babata giant 10 fps mit optifind. oha. egal. so. feast. ich würde gerne zum mini feast. mal gucken einfach. ja. müssen wir zum feast. ne. ist das doof jetzt. wir müssen uns mal mehr beeilen. gut. gehts halt schon fies. minus 88. ist auch gut. auch noch was schönes. so. ich mach Feuerzeug raus. und dafür. ne super rein. also Feuerzeug. ich mach das steak raus. und dafür. ne super rein. so. 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 ich finde ja. wird ein gutes kit. ist zwar nicht das beste kit. aber halt nicht sehr gutes. das ist auch nicht so p. und so. von daher kann man das ruhig mal nehmen. weil ich mein. immer im sumpf zu spawnen. ist nichts falsches. ja. guck mal. guck mal. wie abgenutzt unser eigenschwert schon ist. nur wegen monster. das. ist hart sag ich mal. das nur durch monster. gut. wie kommen wir jetzt hier rüber. Mist. ne. nein. ouch. 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 gut. ich hab die idee. verdammt. wir laufen erstmal hier rum. du 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 du. an der schlucht vorbei. wir haben keine pilze. ne. verdammt. wir brauchen kakobohnen oder pilze. Mist. pist. du. wieso ist das. ja klapp. okay. sorry wegen dem legs. dass ich jetzt noch kein optifine habe. weil optifine ja verpackt leider ist. naja. was soll man machen. kann man jetzt machen. ich hoffe die nächste feast ansage kommt. weil ich. ja sehr gut danke. Minus 60, okay. Minus 80 und Minus 60. Go, go, go. Zum Feast. Go. Also wenn wir bei einem Feast, wenn wir das Feast für uns haben, haben wir ja nicht schon gewonnen, weil wir im 6 Level willkommen unsere komplette Rüstung entschornten. Hätten wir das Mini-Feast gefunden, hätten wir eigentlich schon das Match gewonnen. Aber nein, natürlich. Feast. Egal. Gut, durch die Schneelandschaft durch. Ich hoffe, das Feast ist nicht in einer Schneelandschaft, weil sonst kann ich mein Feuersök einpacken. Und du hast es doof dann. So, hier ist Wasser für Energy Water. Fuck. Alles klar. Habe ich das auch mal gecheckt? Oh, noch ein Steak haben wir. Das ist natürlich doof, aber naja. Beim Feast gibt es ja genug Nahrung, von daher ist es gut. Okay, 2 Minuten. Wir sollten uns etwas beeilen. Ne? Wer ist denn besagt? Ich sage schnell, 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 Beeilung. Auch zum Feast. Ach, schafft wir doch rechtzeitig. Da sind eh Leute zum Fighten schon. Weiß ich. Genau. Hätten wir nicht. Poseidon hätten wir einen Vorteil, aber... Pfff. Sind wir ernst. Okay, wir sind wenige Meter vom Feast entfernt. Ich hole kurz ein bisschen Glück, dass wir es auch da hochbauen können. So. Waja. Gut. Minus 60 war das. Oh, da sind die Stompfer-Türme. Ach ja. Ich weiß nicht, was ich einen Stompers am Feast machen kann, tun soll. Von daher, egal. Oha. Alter, sieht das geil aus. Alter, Mann. Puh. Okay, da ist noch ein anderer Stomp. Äh, von Alventin. Wartet mal. Ich gehe mal kurz zu meinem Freund hier rüber. Zack, 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 zack. 30 kurz schnell. Ich denke mal, es macht dir nix aus, wenn ich dann Holz anzünde, weil... Ist ja nur nett von mir, ne? Mal gucken, ob es was spürt. Ich würde einfach mal sein. YOLO. Sauber. Ja. Und der, die war da auch noch okay. Ich bin kurz gegen den Feiten. Ja. Sehr gut. Steak. Weg, weg, weg. Oha, Leute. Alles klar. Oha, ein Creeper. Ist hier was wertvolles Tritt? Nein. Hier. Doof, ne? Wartet mal. Bogen und Pfeil. Yes. Stirb. Mist, so klappt das nicht. Gut, egal. Alter. Gut, ist hier was besonderes drin? Eine Diamant-Hose. Gitter getraten. Sorry. Okay. Gut. Was gibt's denn noch? Noch ein Vergift-Tutchen. Gut. Und hier? Nö. Hier. Och komm, dir Pusspunch oder so. Nein. Oh. Okay, Leute, der ist gesprungen und er ist tot. Yes, man. Nice. Wir sind in der Ruhe. Boah. Endlich. Hier waren noch Diamond-Boot. Lol, Alter. Warte, ja. Gut, wir versaubern jetzt. Warte. Oh, leck. Leute, was ist los? Tier oder so, nicht? Nein. Okay, wir versaubern einfach mal das Eisenschwert. Bombe! Ich meine, Sterfe 1. Äh, Bann 1 ist das Beste, was man kriegen kann, ne? Das, du sagst hier, ist mal nix. Boah, geile Versauberung, muss ich schon sagen. Es läuft doch. Leute, wir haben die beste Rüstung. Ohne Witz, was für'n Scheiß, Alter. Jaa, auf 1! Geil! Boah, gelohnt sich nicht. Okay. Gut. Ich würde mal sagen, wir hatten den Schaubertisch ab. Das hier ist aber kein Stärketrank oder so, ne? Nö! O... Oh, hat er auf die Kiste. Alles klar! What up? Es ist gut. Jetzt erst mal den ganzen Crab hier reinlagern. Was brauchen wir denn nicht? Wird klar. Das weg. Das weg. Weg! Alles weg! Das weg! Warte mal, heute könnten wir doch noch gebrauchen Eisen weg. Wasser weg, Wasser weg, Wasser weg, alles klar, das weg, den Bogen können wir noch gebrauchen, Lava einmal weg, Feuerzeug weg, die Erde weg, was können wir noch wegtun? Das Pickaxe macht nur Pickaxe, zack, zack, alles klar, so, gut, nein Leute, ich hab was vergessen da, nein, lol, ja, die sind noch hier drin, der kann gar nichts mehr, lol, okay, okay, ja, sehr nice, ähm, zack, ja, ok, ähm, Leute, okay, wir haben die doch mitgenommen, sehr geil, das ist die Pfeile, was ist das, hä, das finde ich, egal, alles klar, auf geht, zu ihm, auf jeden Fall, hoch hier, gut, also den mit Wasser, also der Stomper, der hat wohl nicht gedacht, wenn wir sneaken, kann uns den anhaben, zum Glück war da kein nerviger Endermade dabei, alter, gut, okay, wir haben die beste Verzauberung, Leute, wisst ihr ja, gut, auf zum nächsten Typ, da ist noch keiner drauf, oder? Leute, das ist nicht euer Ernst, oh Gott, Alter Schwede, Mann, verkämt er sich erst da oben, ach ja, gehen wir einfach mal hoch, ich weiß, dass er mit seinem Schläbeln kommt, aber was soll's, ne? lol, ich sag das Deutsch, was soll's, oh, was ist, da mach ich's eigentlich grad, kein MLC-Wort, aber naja, wenn er meint, dann meint er halt, ne? lol, verdammt, komm, komm, was soll's, lol, lol, oha, er ist unten, soll er den holen wir uns jetzt, das war grad epic, wären wir jetzt gestorben, ne? das wär jetzt fail gewesen, aber naja, ich kann jetzt die Worte halt ein bisschen runter, ne, ne? Wieso ist das scheiß geht free, es hat, oh, es hat GG, ok, ok, auf geht's, gut, anscheinend hat einer des Bodens fies gekonnt, wer's glaubt, wer's glaubt, ähm, das ist nicht zufällig das Bonus fies sein, gut, ich wollt's denn sagen, ich hoffe, die dauern nicht alle, weil das wär ein bisschen dumm, lol, alter, der letzte war halt, der Schwetscher, alter, gut, ich bin ein bisschen verschnuppt, ich hoffe, es stört nicht, die erste Derscheidung trägt gewonnen, ist doch ne coole Sache, finde ich, ok, ok, auf, nach, Min, Min, ja, bestimmt, das gibt's gut, ne, aber, so, ist klar, kommst du rauswerfen, gut, alles klar, so, weiter geht's, so, also, wir waren hier grad, und ja, sorry für die kurze, für den kurzen Cut würd's mal sagen, aber, ja, jetzt war kurz die Stimme weg, gut, wir suchen auf jeden Fall weiter, nach, Miniscout, gut, ich hoffe, er kommt grad mit voll Iron hoch, dass wir auch mal, gut, würd's mal sagen, gut, einen Killer haben wir bisher, das ist, Leute, hat der jetzt erst zwei Leute gestompt, lol, ok, Danny Boy, oha, naja, wenn wir es liegen, kann er uns ja nichts anhaben, ne, was ist das? ist das eine Falle, oder ist das jetzt eine Einladung? Einladung, ich kapier den Typ nicht, warte, sind doch alle, oha, er battelt, er battelt, Leute, passt mal auf, er battelt, was will ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen, ha, was, ich vergib mir den Stamm weg, ok, die hat voll getroffen, ok, ist jetzt vorbei, lol, gg, lol, weg, 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 nein, ok, gut Leute, dies war ein epiker Win, geil, ok, nice, naja, der letzte war ja, wisst ihr ja, ne, naja, naja, damit verabschiedigt sich mal dieser Runde, ich hoffe es hat euch gefallen, und ja, ich sage euch bis zur nächsten Runde, und ciao, bye,